ein nächstes mal okay das war vielleicht drei meter nächste mal bevor ich vergesse chat und wir nehmen direkt auf für das let's play wir erleichtern uns die arbeit irgendwo zumindest wir versuchen es also von daher wundert euch nicht wenn er so dumme sprüche wie kommen wie tschüss und bis zum nächsten mal das ist normal wie immer so normal wie funktioniert das denn jetzt mit diesen komischen fischen hier ich war da mal ein bisschen wald roden ich könnte hilfe gebrauchen weil während ich versuche werde ich quasi alter da kommen war okay achte ich mache mir mal magen die vor kaum kommen ja ich hab dich schon gekommen ja 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 mama ist doch dafür die hier alles das ich habe keine ahnung wie das funktioniert so 24 meter ihr habt es gesehen er ist packen 30 im wasser stehen geblieben du hast gesagt ich soll angeln also angele ich am haken am haken habe ich jetzt ein fisch gekriegt oder habe ich keinen gekriegt ich habe keinen gekriegt weil ich so doof bin geschieht der recht so nächster versuch ist 24 meter also ich glaube ich nehme die kraft von eiktür ich habe einen fisch ich habe einen fisch du hast du und wie geht das jetzt mit dem fisch fisch entkommen alter ich raff das nicht mit der andere ich muss erst mal lesen wie das geht ja gib her ich probiere mein glück noch mal da liegen da ich möchte bewegt dich nicht bewegt dich nicht bewegt dich ich möchte diese möwe haben ich bin so blöd über einen baumstamm zu schließen brauchst du federn hier habe ich eine tasche hier dann gibst du mir doch dann mache ich feile ich hatte schon 200 warum hast du 200 und ich nur 77 ich brauche ich brauche federn wo bist du hier bist du dich jetzt anschließt und mich an rotz ist verkehrt die federn liegen da hier da irgendwo da hier oder hast du die schon ich habe jetzt sehen das dürfte ich dürfte sie haben ja ja dann müsstest du 100 pfeilen da ist kein harz mehr da ist kein harz mehr will die möwe mich verarschen weil ich muss ich jetzt echt bis nach hause fliegen ja komm her hat habe ich auch noch näher jetzt bin ich schon unterwegs hier ist ein gewitter hier ist ja richtig was los hier müssen wir in den sumpf freuen ja hat mir ja schon seit 30 jahren vor ja aber du gehst ja nie du willst ja immer angeln läuft heute wieder 26 meter also wenn da kein hai kommt dann weiß ich es auch nicht zeigte dir an ob dann fisch kommt also du kriegst dann am haken angezeigt am haken aber ich habe keine ahnung wie man ihn dann kriegt mit linke maustaste auf jeden fall schon mal nicht ja die fische schwimmen hier auch mit der flosse aus dem wasser also das sind ganz besondere fische sind hat die auja die auja die sind sehr geil die fische aber wie viel hast du denn schon verbraten ich hab versucht darf ich das jetzt auch nicht mehr nein so wieder hoch ab durchs portal muss ja mit der rechten maustaste ja dann ziehst du den wieder ran aber ja ja das hast du selber gesagt ja ich darf das ja auch und ich habe damit recht schön jetzt war ich da drüben hätte ich eigentlich mir wiederholen können aber richtig so tag war schon wieder aber ist gerade stürmisch wollen wir nach sumpf suchen was willst du von mir ich geh sumpf suchen ja warte lass mich nur die alle und die köder weg packen das werden wir nie hinkriegen hier schnur gerissen ok das habe ich nicht hier alles in der tasche der baut hat keine so braucht hat hier der steht ein troll ja sag hallo sag hallo troll er brennt lassen brennen im regen besonders gut er geht ins wasser er kommt rüber dann muss er baden auch zu hilfe moment noch geht es jetzt muss ich weg was man lange nicht heißen sich um helfen würde was ist denn hier er hat aber eine lange roi alter hilft uns wieder beim fällen eben weil er mir jetzt erst mal eingegeben hier schon wieder aber er war halb so wild muss los verdammt keine ausdauer ich auch nicht der wirft mit zahnstocher also bitteschön gern gemacht jetzt habe ich mir gerade aus dem hintern geguckt ich habe toll kommt ich habe erst mal gern geholt rechte tür linke tür ja ich gehe hier rin ja ich gehe hier rein da ist ja da ist nichts okay da ist hallo da sind das ist wieder ein kern ja einen habe ich auch schon haus oder so leicht kehrt mal rein hier auch hier geht es runter und ich sehe dich warum sehe ich dich hier drin jetzt warst du mir angst da ist eine tür ich habe bisher noch nicht ein gegner gehabt doch ein skelett hatte schon ok ich habe das nest gefunden herrlich ja hau mal platz das war schön pilz einsammeln hello meine freunde wie jede stehend seien fit im schritt da ist wieder ein kern interessantes ding hier ich sollte was essen der uralte ja da waren wir doch gerade schon dankeschön vor allem drei meter davon entfernt weißt du ja auch so geil ich habe hier in dem bereich ein skelett gehabt brauchst du da unten hilfe und hier um nicht fertig glaube ich irgendwie ist das hier hat das das ist nichts da ist auch nichts ich komme zu dir rüber ist leer ich sage mir jetzt auch die pilze ein dann war es hat muss da irgendwas interessantes in der truhe oder ist die schon ja hallo ich bin messi die ist die ist schon so leer gelutscht ist das da geht es runter ja da war ich ja aber da ist nichts da ist nichts da ist nichts ja ich bin draußen würde ich komme nach faszinierend ein bisschen lahm ja aber wir haben zumindest wieder rubine wir haben bernstein wir haben gold also der händler der freut sich ne so wo geht das hier lang zum also wir können auch das eine hoster nehmen was ich vorhin da kurz im augenschein hatte ja also wir gehen mal in die richtung dann wird das mal nicht schön ne und wird das ein bisschen der ja da ist das haus da siehste hier ja 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 ucksuch aber ich glaube da kommen im moment jetzt gerade nicht hin warum nicht sehr starker Wellengang. Keine Ausdauer. Oh, fuck. Keine Ausdauer. Ich habe auch keine... Ach du Scheuer, ja. Ich werde elendig ersaufen. Ach, du hast ja noch genug. Dann mach mal das anders. Ist das nicht von da kürzer? Ja, doch. Gut erkannt. Ich habe 10 gefunden. Ich habe 10 gefunden. Hast du vorhin schon mal gesagt? Ja, hier ist die ganze Insel ist ja hier irgendwie. Mach mal Insel springen. Also ich weiß nicht, der Ozean, der könnte sich auch mal ein bisschen beruhigen jetzt. Da ist er schon da drüben, ich glaube ja nicht. Hallo, hallo. Was ist denn los? Oh, mehr. So. Ja, ich finde, wir haben freundlich genug guten Tag gesagt. Ja, finde ich wohl auch, ne? Äh, okay, du hast mit blauen Beinen schon weggenommen. Da ist noch kein Platz. Hä? Hä? Das sind Einkommen. Äh. Und wer sagt, dass du dich ja hinsetzen sollst? Ja, ich bin drin. Okay, hat sich ja ledig. Ich bin drin. Ja, und ich bin auch drin. Was ist denn dein Problem? Ich habe die Tür genommen. Ich habe mir das Gold genommen. Nix, Kiste. Doch, unten war Kiste. Wir kriegen Besuch. Ist das dein Ernst? Ich komme hier nicht raus. Hallo? Hey! Mein Freund. Mein Freund. Komm her. Können wir dann gleich wieder Turmspringen machen? Ja, können wir. Aber erstaunlich finde ich, dass der hier rüberkommt. Ja. Ich finde, hier drin ist es auch schön. Oh, haben wir ihn. Ne, Pulschi bist du. Oh. Geh mal hier rum. Geh mal hier rum. Geh mal hier rum. Ja, ich bin auch schon dran. Ja. Hallo, bye. Ja, was? Knie nieder. Dankeschön. Das sieht ja schon ekelhaft aus, ne? Können wir mal eine Runde decken? Ach ja. Stein kann raus. Warum hast du? Danke. Nein, habe ich nicht. So, danke. Was hätten wir denn gerne? Hallo, Mikro? Hallo? Na, das hört sich sehr gut an. Danke. Ja, könnte schlimmer sein. So, da haben wir es wieder. Ähm... Ähm... Hast du Federn? Nein. Ich hätte einen Tannenzapfen. Äh, Lippstadt, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche dir eine angenehme Restwoche. Wir sehen uns dann wahrscheinlich am Morgenabend wieder. Oder am Donnerstag. Vielen Dank für deinen Zappen im zehnten Monat. Weiß ich wirklich zu schätzen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ähm... Ähm... Was wolltest du jetzt? Tannenzapfen habe ich nicht. Okay, hast du Augen? Augen habe ich ja. Zwei Stück guck sie hier. Okay, das war eine. Ähm... Harz habe ich elf. Ich habe drei Surtlingkerne. Ich habe sechs Surtlingkerne. Dann habe ich jetzt die Bernsteinperlen. Okay. Äh... Ne, habe ich nicht. Aber ich habe... Warum ist in meinem Inventar immer ein so ein blödes... Wer ist das hier? Löwenzahn drin. Oh, selber. Was soll ich denn damit? Nimm es selber. Warum? Scheiße ist er. Ach, Mann, ey. Warum schmeißt du einen Trollkopf? Alter, ich kriege... Hier liegt ja auch noch Leder und alles. Oh, Mann, ey. Ach, du kriegst noch Leder. Hier. Ich ledere dir ein. Okay. Ich habe mich auch nicht ein vom Leder gezogen. So. So. Rausher mich. Hast du es nur mit Gestürten zu tun? Ja, und mit Topo und Mia. Ach, komm. Der war nicht witzig. Schön, er kann auch unter Wasser essen. Das ist so herrlich. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Okay. Äh, wo war der Sumpf jetzt? Weiß ich noch nicht. Wollte ich ja suchen gehen. Ich wollte jetzt diesen Grauzwerg da erschießen. Da bist du das. Du bist ja schon wieder einen Kilometer weit weg. Schätze, werft irgendwas, aber werft. Es muss wehtun. Da rennt ihr einfach schon weg. Wie soll ich denn da hinterher kommen? Ich guck mir doch nur die Küste an. Ja, ich folge dir irgendwie, alter. Das ist ja überall Sinn. Ja, ist doch schön. Ich bin auch überlegen, ob wir uns hier eine zweite Dings aufbauen, dann. Wäre vielleicht sinnvoller, so eine zweite Base dann, so eine komplette. Okay. Also mit Schmelz und alles, weil wir haben ja hier ist genug Kerne. Stimmt. Hatten wir nicht mal über 20 Minuten? Da sind Blaubeeren, da sind Blaubeeren. Was stimmt denn heute? Mit dem dämlichen Mikrofon nicht. Was war das denn? Ja, ja, geht mir nicht auf den Senkel. Ich suche doch nur den Taper. Ich stege auf den Stein. Wir waren vor den Grauzwergen, die im Versteckten. Ja, kennen wir doch schon. Kennen wir doch schon. Okay. Ah, Baubeeren. Oh. Oh, ich habe ein Schiff gefunden. Du hast ein Schiff gefunden? Moment. Guck das. Da ist der Stein, den du gerade vorgelesen hast. Da vorne. Das sieht doch schon wieder aus. Und ich habe ein Nest gefunden. Okay, was haben wir denn hier? Das sieht doch aus wie eine... Nein, ist es nicht. Okay. Schade. Habe ich es getroffen? Wie langsinn geht mir das Ding aber heute auf den Sack? Das tut doch weh. Will ja auch... Wie du hörst, hier ist komische Geräusche. Ah, jetzt geht es wieder besser. Ich muss mir doch mal ein neues holen irgendwann. Da unten ist ein Schiff. Da war ein Schiff. Jetzt willst du mich aber richtig ärgern hier. So. Schiffchen. Boah, da waren zwei Rubine drin. Okay. Boah, der Händler, der freut sich. Oh, da oben ist ein Nest. Ja, da bin ich ja dran. Na komm, schwimmen wir mal rüber. Geh doch mal einen dezent guten Tag sagen. Wir sind ja höfliche Nachbarn. Ja, ja, geh du mal. Ja, mach ich auch. Mach ich auch. Nest ist kaputt. Du bist so ein... Da fällt mir gar nichts mehr ein. Da fällt mir gar nichts mehr ein. Ich habe so einen Kern bekommen. Ja, schön. Ist ja nicht so, dass wir von denen keine mehr haben, ne? Mhm. Ah, Karottensamen haben wir auch hier. Sehr schön. Lalalalalala. So. Äh. Dieses Ding heute, ey. Ich kann nicht beruhigen, wir sind drüber. Ja, das ist ja schön. Dann machen wir doch mal Winke, Winke. Bis zum nächsten Mal. Winke, Winke. Untertitelung des ZDF, 2020